Hey Leute, herzlich willkommen zum ersten Unboxing. Ich habe heute für euch den Nike McQuill Vapor 8 in der Clash Edition signiert von Mesut Özil. Ihr werdet euch schon wahrscheinlich denken, ja Mesut Özil ist nicht der Hauptsponsor momentan bei ihm Adidas. Ja, es ist Adidas. Zuvor hatte er aber einen Sponsoringvertrag mit Nike. Deshalb der Nike McQuill Vapor 8. Diesen hat er in Frankfurt beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien getragen bzw. in diesem Zeitraum verlost. Diesen werde ich euch zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. 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 Bis zum nächsten Mal.